Es gibt immer viel zu erledigen. Die heutige Ermittlung des Ghost Clubs dreht sich um eine Kutsche. Man sagt, sie sei mit Blatt Gold bedeckt, so dass sie Passanten im Sonnenlicht blendet. Selbstredend soll sie außerdem verflucht sein. Versuchen wir doch, sie aufzuspüren. Die Wagen der Royal Mail verschwanden, als die Post auf die Schien umgestiegen ist. Tschüss. Hm, interessant. Liebesbrief. Mein liebster Frey. Okay. Interessant. Huch. Na toll. Ja, hallo. Fahren. Alter. Nein! Oh mein Gott, diese Steuerung ist sowas von viel Arsch. Gas geben, du sollst. Oh Gott. Oh Gott. Tschau, mach's gut. Das war doch eine Frau, die da saß. All diese Steuerung für diesen Kutschen. Das ist eine Katastrophe. Nicht der Oberlacht, in Schande. Spieg mal hier ab. Tschüss. Hallo. Hallo. Heute ist irgendwie komisch. Ich hab heute auch irgendwie... Wie gesagt, der Bug vorhin bei DC. Äh, bei... Ich hab's gesagt, was es war. Der Bug bei... Was? Toll, meine Kutsche ist fast am Arsch. Das ist ja eine Idee. Das war furchtbar. Na los. Ganz schon. Ganz genau. Warum? Ja, Kutsche verteidigen. Mir ist auch keiner mehr da. Ganz ruhig. Gutes Mädchen. Hm. Von einem Bugspiel ins nächste Bugspiel. Heute ist echt Müll. Also heute funktioniert echt gar nichts. Ich mach gleich einfach aus, ey. Das ist doch alles... Kutsche verteidigen. Ja, hab ich doch. Was ist denn euer Problem, Alter? Ich glaub, der ganze... Ey. Was ist denn kaputt? Ey. Das ist doch bescheuert. Sie müssen anonym sein. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Das hat aber auch gedauert, ey. Ich schulde Ihnen meinen Dank. Sie haben keine Mühen gescheuert, jemanden zu racken, den Sie nicht kennen. Wie lautet Ihr Name? Evie Fry. Ich schweiße doch nicht. Was ist denn heute los? Scheiße. Hey, der ist echt, ey. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt seit 25... Ich bin jetzt seit 26 Minuten in der Aufnahme. Ich sag's dir, wenn eine Aufnahme schon so anfängt, ne? Vergiss es. Das ist eine Katastrophe, oder? Ich bin jetzt seit 25 Minuten in der Aufnahme. Ich bin Elisabeth. Möchten Sie nicht runterklettern und sich zu mir setzen, damit ich Ihr Gesicht sehen kann? Wo ist sie? Hm. Ghost Club. Ah, der hat geträumt. Sie sehen aus, als würden Sie gleich aus den Schuhen kippen. Was ist denn geschehen? Bloß ein Traum. So scheint es mir. Hat die Kins. Also doch mal stehen, hat die Kins. Nein, das ist Hammer. Ich verspreche. Ist ein zum rei geschlagener Rook, nachdem man ihm ins Gesicht geschossen hat. Hier sagt man, was geht es. Danke von der Böcke von meinem Haar. Das muss ich untersuchen. Mhm. Irgendwas ist ja immer, oder? Dann muss ich wieder Leute verprüfen, schreit er denn so stockbrokost so ich wechsel mal zu jacob 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 monturen weil ich sie denn da ich weiß nicht ihr fällt mir gerade noch am besten äh was wollte ich mal gucken ach ja fähigkeiten genau hier haben wir nämlich auch noch vier punkte konter boost mhm da kriegen wir mehr zeugs was das schleichen 2 ich würde glaube ich hier am liebsten mal das tier einmal zack jetzt gehen wir auch level 5 genau wunderbar jetzt haben wir noch zwei punkte können wir uns nicht leisten das auch nicht schlechter 2 das könnte man holen wobei ich hier glaube ich auch mal die wurfmesser mach weil ich die eigentlich relativ oft nutze muss ich tatsächlich sagen da haben wir das gleiche abgegratet aber trotzdem ich nutze halt die wurfmesser mehr muss ich sagen so dann muss ich hier mal gerade gucken was ist denn hier was ist jetzt robot 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 topping da können wir mal gerade hinlatschen wenn wir da gerade eh schon in der と思います die sind und und du und du in du du also durch unter Answer los 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 genau aber was gegenstand holen strick doch x das war keine absicht ach du heiliges immer denn hier ja wo sind wir denn da nabend wer ist das denn das ist er mit dem kann ich nicht sprechen weil das mit ihm wahrscheinlich ist was oft dann machen wir jetzt hier die mission da mit dem da machen wir jetzt hier löffel und sirup und dann gehe ich mal hier schnell reise zack japan schnall reise checker was geht ab was ist mit rhab aber das gelesen Mh, meine Kiste. Mh, noch eine Kiste. Wo muss ich denn hin? Mh, da ist auch eine Kiste. Da will ich hin. Kiste, Kiste, Kiste. Nur weil es ja nie mehr drin ist, wa? Zack. Ist hier, oh, wo ist denn die Kiste? Irgendwo hier in der Nähe. Jetzt kletter ich hier den ganzen Dings wieder hoch. Wollte ich doch gar nicht. Mh, Vögel. Wo ist denn hier die Kiste? Hm. Keine Kiste, aber, was ist denn? Huch. Londoner Geheimnisse. Hm. Interessant, interessant. Ach, ich hab den Hinter da markiert, lol. Ich seh mit ihm los. Also, heute ist echt, äh, Backtag, das Welt. Was soll ich tun? Das Welt in der Welt. Ganz ruhig, mir dann. Ganz ruhig. Das lässt sich bestimmt klären. Holen Sie sich Starks Beruhigungssirup gleich hier. Er trinkt nichts anderes. Dein Sirup ist ihm zu Kopf gestiegen. Er macht ihn ganz stumpfsinnig. Hey, pass auf. Du verschreckst mir noch meine Kundschaft. Warum verpisst du dich nicht? Sonst geb ich dir was, was du so schnell nicht vergisst. So geht das aber nicht, du. Quacksalber. Was ist hier los, hm? Ah, die Leine. Wenn Sie mich entschuldigen, Madam? Hm. Hinterher. Elender Verbrecher. Wo ist er hin? Ich schwör's, ey. Das ist doch echt zum Kotzen. Oh, bitte lass den hier. Ficken. Nein. Gott, wie geht denn das Rutschen nochmal? Jetzt. So. Halt, gosh. Tag der... Entschuldigung. Du weißt gar nicht, wo ich hinlaufe. Was ist der Helm? Uuuh. Habt ihr ihn? there du dir, det du dir te der, det du dir dich, det du dir dich, det Well, I will close it with my eyes.